Aloha und weiter im Text mit Deblab 2. Ähm, ich versuche jetzt mal vernünftig zu arbeiten. Ja. Und jetzt falle ich in die Tinte? Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Kommt! Ich müsste mich wieder größer machen. Ich brauche wieder ein bisschen Farbe. So. Aber jetzt ist es nicht mehr ganz so akut. Oh Gott. Na, das hat nichts gebracht. Egal. Da vorne ist Inspiration und die will ich haben. Oh Gott. Die Kamerasteuerung war eben gemein. Oh. Oh. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass ich hier noch nicht sein sollte. Aber naja. Das mache ich ja öfter mal, würde ich sagen, dass ich mich an Stellen befinde, wo ich noch gar nicht hin soll. Und das, was ich machen soll, nicht erledige. Ähm. Nein, 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 nein. Äh. Nix da, würde ich sagen. Und ich möchte mal ganz schnell hier alles erledigen, was ich erledigen muss, weil dann, keine Ahnung. Ist halt schöner. So, reicht's jetzt langsam. Gut. Ah, tot. Tot und verderben. Tot und verderben. Tot und verderben. Tot und verderben. Danke. Ja, okay, weiter bringt es mich jetzt hier noch nicht. Doch ein bisschen, aber... Ich könnte versuchen, die Mörser kaputt zu machen. Das wäre die Idee. Ähm. Dazu müsste ich hier... Oh Gott. Oh, weh. Ne, das kann ich so vergessen. Nein, nein, nein. War doch richtig, war doch gut. Würdest du... Danke. Na gut. Dann einen Versuch machen wir noch. Und wenn das nichts bringt, dann machen wir weiter. So, wir haben... Ja, genau, 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 so meinte ich das. Ganz genau so und nicht anders. Na gut, dann halt nicht. Dann bin ich jetzt halt beleidigt. Dann rette ich nicht noch die armen Kleinen hier. Au, 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 au. So, dann erledigen wir mal die Aufgabe, die wir eigentlich erledigen sollten. Indem wir uns erstmal wieder vergibnen. Das war mein Ziel, das war mein Plan. War die Idee nicht gut. So, Farbe. Was wollte ich machen? Ich wollte das hier anmalen, ich wollte hier rüber und ich wollte nicht sterben. Hatte ich zumindest nicht vor. Und wir müssen da rein, aber vorher hole ich mir das Leben. Der Mörserbeschuss wird von diesem Schiff aus koordinieren. Da ist eine offene Luke auf Deck. Geh nach unten und versenk... Äh, ist okay. Ne, Leben holen ist sinnlos, weil Leben voll. Aber hier, das kann ich mir holen. Über den Einsatz von Farbvernichtungswaffen gegen harmlose Tierengrennen beschuldigt. Wer auch immer, wahrscheinlich wir. Weil wir immer beschuldigt werden. Rein da. Du musst hoch zur Brücke. Machen wir uns mal groß. Zerschlag das Sch... Ah, ich muss nach unten durch die Bilge gehen. Bilge ist bestimmt ein Schiffswort. Achtung, steigende Tinte. Ach Gott, ich dachte schon. Aber da unten gibt es ja nichts. Ich dachte schon, jetzt hier oben passt... Ah! Wasser? Irgendwo? Ach, hier. So, Wasser. Oh Gott. Wow! Ah, nein, nein. Wasser, 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 Wasser. Wasser? Wasser! Okay. Wir haben die Brücke erreicht. Macht die Elitewaffen fertig. Okay. Aber ich brauche noch blau. Die Mösser sind Geschichte und die Schiffe sind transformiert. Und ich bin jetzt wieder draußen. Wetten? Ich bin wieder draußen. 100 Euro. Willkommen in die Nähe der einen Tierverkehr. Wenn wir diesen Weg nehmen, muss es eine Möglichkeit geben, in die Fabrik zu kommen. Ah, nee. Ich bin noch nicht draußen. Okay. Ich denke nämlich, dass das ein Bonus ist, wenn ich es schaffe, blau da drüben anzukommen. Aber so sterbe ich wenigstens nicht sofort und kann mich auf dem Rückweg schon mal beeilen. Huch. Mioom. So, ich möchte das. Verdammt, das wollte ich nicht. Ja, das macht einen natürlich dann unvorsichtig, wenn man nicht mehr Gefahr läuft zu sterben. Irgendwie habe ich gerade voll Durst auf so ein richtig schönes, frisches, kaltes Wasser. Oder? Mach doch irgendwie Durst. Okay. Nein! Wie konntest du nur mir das antun? Rüber, 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 rüber. Schnell. Ah, das gibt es nicht. So, Leute. Es kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Oh Gott. Oh, das war mir jetzt schon fast zu knapp. So. Ah, Gott. Oh Gott. So, jetzt haben wir es aber. Ha, wusste ich es doch, dass das ein Bonus ist. Den wollte ich mir nicht entgehen lassen, weil Inspiration ist teuer. So, hier bleiben wir... Ah ne, wir werden mal violett. Weil wir es können. Ach so, Anlauf bitte. Und Anlauf bitte. Anlauf bitte. Ja, sehr schön. Und hoch. Ach, da hätten wir nochmal reingekonnt. Okay. Was bringt uns das? Farbuntergrund legt irgendwie Flötte lahm. Ach so, hier kommen wir wieder hoch. Okay. 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 So, gut. Dann malen wir jetzt mal alles an, was die Mörser vorhin wieder entmalt haben. Zack. Und Graulinge sind freigelassen worden. Graulinge muss man befreien. Und hier nochmal. Wo sind die kleinen... Da sind die kleinen Graulinge. Dudududududum. So, und wir müssen da oben einmal rauf. Wir müssen da oben einmal rauf, bitte. So, da und da, weil ich dieses Ding hier anmalen möchte. Ta, 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 ta. Gut, dann sammeln wir jetzt mal unsere Farbatome, die wir uns redlich verdient haben. Dudududum. Ähm, ich bin zwar nicht ins Wasser gefallen, aber okay. Kann man so gelten lassen. Und rüber. Elektrische Zeune versperren uns den Weg. Der Generator muss in diesem Entity-Bunker stehen. Aber du wirst da nicht reinkommen, solange diese Stachel-Engentie-Agenten Wache halten. Ich schlage vor, dass du deine Aufmerksamkeit zuerst inzukommen lässt. Hab ich die nicht schon erledigt? Gut, aber... Ja, sag ich doch. Ich muss orange sein. Oh! Aua, 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 Aua. Aber knacken wir den! So, dich muss orange sein. Machen wir mal so. Zack. Erledigt. Gut, dafür. Gelb. Und rot. Rot gibt's nicht. Zufällig? Doch, da oben. Aber ich töte mich vorher lieber, weil das natürlich viel schöner ist. Und ich brenne auch viel lieber, als hier sinnvoll voranzukommen. Okay, machen wir so. Und runter. Schnell runter. Au! Aua! Das war piekzig. Und hoch da. Einfach hoch da. Der graulige Elektriker werden irgendwas. Elektriker haben Abrissböhnen extra aufgeladen. Okay. Rauf und zerquetschen. Raufrollen und zerquetschen. Raufrollen und zerquetschen. Zerquetschen, 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 zerquetschen. Huch, sorry. Aaaaaah! Au! Kannst du diesen Ort nicht transformieren, wenn sie Geschütze unter Feuer nehmen? Aaaaaah! Das war über den Kontrollraum, ja. Okay. Was gibt's da? Ach, da wäre noch Farbe gewesen. Okay. Transformieren! Transformieren! Wunderschön! Gute Arbeit, Blob! Bevor wir uns in der Festigungsanlage beschäftigen, sollen wir Luftwaffe am Boden festnageln. Okay. Okay. Unaufhaltsam. Und wir schauen noch mal. Ah, Maximalgröße oder Aufladungskosten. Machen wir mal das hier. Jetzt ist das voll und dann fehlt uns nicht mehr viel. So. Machen wir uns mal groß. Und schauen, was man jetzt noch so machen kann. Ah, okay. Die Mörser sind weg. Die Schüsse, die da abgegeben wurden, waren nur so veraltete. Noch übrig gebliebene. Aber jetzt sind die Zäune mindestens weg. Und wir haben... ...frische... ...dingens. Na, was wollte ich gerade sagen? Äh, Schutzschilder. Gibt's hier unten was? Nö, nur eine Treppe. Vielleicht gibt's da später was. Aber hier gab's Inspirazione. Yay! Auto mitnehmen. Und weg. Mainz. Und, oh Gott, wir kommen da in Gebiete, wo wir definitiv noch nicht hin sollen. Aber das hier erledige ich noch eben schnell. Den Spaß kann man mir nicht nehmen. 200. Auf 200 können wir uns maximal aufladen. Das ist der Hammer, oder? Na, mal mit dem Anfang vergleich. Da war das nicht so viel. Nicht mal ansatzweise so viel. So. Lichter möchte ich anmalen. Und... ...dichter. Und damit wäre das auch erledigt. Also, viele Graulinge kann man gar nicht mehr retten. Starte einen Angriff auf den Turm ihrer Flugssicherung. Fang damit an, ihre Helikopter und Flugteams zu zerlegen. Okay. Ja, da muss ich... Achte auf die heißen Platten. Sieht so aus, als wäre irgendwie wirklich paranoid gegen des Monsters. Dieses ABC-Schutz-Extra sollte dafür sorgen, dass du cool bleibst. Nix. Entschuldigung. Okay. Ich soll cool bleiben. Ich soll cool bleiben. Das kann noch nichts werden. Und irgendwie hat gerade meine Maus beschlossen, ich bewege mich mal eben. So. Kann man hier irgendwas machen? Oh, da vorne ist, da vorne ist, da vorne ist. Das muss ich mal eben schnell holen. Weil ich das mit Sicherheit später vergessen hätte. Hallo Drucker. Und da... Wow. Inspiration. Das ist gut, dass ich das gesehen habe. Und hier sind zwei Bäume. Dann erledige ich das hier auch nochmal schnell. Weil ich es mit Sicherheit wieder vergessen werde. So. Gibt es da sonst noch irgendwas, wenn ich hier rumschwimme? Wahrscheinlich nicht, aber ich gucke einfach mal. Was ist das denn hier hinten? Aha. Aber nicht runterfallen. Blob, bitte. Bitte. So. Was gibt es denn hier Schönes? Inspiration. Das ist ja gemein, wie die versteckt ist. Die kann man ja mal nicht eben... Die kann man ja nicht mal eben auf dem Weg finden. Da muss man ja wirklich direkt nach suchen. Das ist ja schon richtig gemein. So. Sonst noch was? Wenn man schon mal hier ist, ist hier drüben. Ist hier was? Wow. Außer ein tödlicher Abgrund? Nö. Anscheinend nicht. So. Wo muss ich hin? Ich muss genau in die andere Richtung. Dann springen wir mal hier ins Wasser. Und gucken mal, wir können ja mal da gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber bevor wir das machen, sehen wir uns im nächsten Part von The Blob 2 wieder. Over, rei. Untertitelung des ZDF, 2020